Und willkommen zurück bei Let's Play The Wolf Among Us. Letztes Mal haben wir herausgefunden, dass die gute Snow gar nicht tot ist. Und vielmehr, ähm, aus unerklärlichen Gründen, ein anderes Opfer mit Glimmer bestreut wurde oder verzaubert wurde. Und, ähm, das Opfer einfach nur das Aussehen von Snow hatte. Ähm, wir gucken uns hier erst mal um. Layalor. Können wir das mitnehmen? Nein, können wir nicht. Antazidum, was ist das? Ach ja, okay. Okay. Irgendwelche... ...Stimmungsaufheller oder sowas bestimmt. Das Märchenbuch, ich guck da nochmal gerade rein, aber da wird... Hehehe, die sieben Zwerge. Buch. Apropos Märchenbuch. Müssten wir auch mal reingucken. Erfolge, bla bla, das ist ja eigentlich jetzt uninteressant. Märchenbuch, wat haben wir da, wat haben wir da, wat haben wir da? Der Mr. Ichabot. Die Legende von Sleepy Hollow. Während seiner Zeit in Sleepy Hollow verliebte sich Ichabot Crane in eine wohlhabende junge Frau namens Katrina van Tressel. Sie war wunderschön und sehr reich, aber das hatte zur Folge, dass sie auch die Aufmerksamkeit eines anderen freies auf sich zog. Sein Name war Abraham Brom van Brond. Als Ichabots Rivale plante Brom scheußliche Streiche, um den oft abergläubischen Lehrer zu demütigen. Trotz Broms Komplott, um Katrina für sich zu gewinnen, glaubte Ichabot fest daran, dass sie sich für ihn entscheiden würde. Nach einem Fest im Hause ihres Vaters hielt Ichabot um Katrinas Hand an und wurde prompt abgewiesen. Daraufhin ritt er gedemütig davon und wurde seither nie wieder in Sleepy Hollow gesehen. Cranes eigener Erzählung zufolge wurde er vom kopflosen Reiter aus der Stadt vertrieben. Doch in Wahrheit war es vermutlich nur ein weiterer von Broms Streichen. Aha. Aha, aha, aha. Der kopflose Reiter. So, warte mal, hier, können wir die Tarotkarten mitnehmen? Ach, ich kann die alle drei hochheben? Stimmt, stimmt, hatte ja... Ich hoffe, dass du dich findest, was du schaust. Ja gut, das stimmt, bringt nicht wirklich was. Vielleicht hilft uns ja Aladin aus der Lampe was, oder vielmehr der Genie. Hm, nicht so wirklich. Na gut. Bei denen können wir hier die... Warte mal, können wir hier die Leiche angucken? Ich... Ach, da hinten ist Excalibur übrigens. So, check out anyone, who fits that profile. You might start with Bluebeard. Right away, Miss Snow. Warte mal, warte mal, wäre es vielleicht klüger... Warte, wir gucken erst die Leiche an und quatschen dann mit dem kleinen Jungen. Also, ich würde gerne, dass du mir ein paar Informationen bekommen hast, über dieses Wohnzimmer-Programm, das die Mondays haben. Ich glaube, ich habe schon einige Pampflets auf dem Fahne. Du willst jetzt nach dem Körper schauen, oder? Ja, ja. 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 Oh, mein Gott, ich habe es fast vergessen. Was ist das? Beweise. Komm schon. Kammer des verwunschenen Brunnens. Okay. Verwunschener Brunnen. Ah, da werden die Rind geworfen dann, oder was? Bei Verbrechen. Ganz schön tief. Neuer Eintrag im Märchenbuch. Der... Achso, der kriegt hier einen eigenen. Der Verhexte. Der verwunschene Brunnen befindet sich in einer Kammer im Woodland-Gebäude. Er wird verwendet, um Dinge, die für immer verschwinden sollen, zu beseitigen. Tote Fabelwesen werden seinen Tiefen ebenso anvertraut, wie auch die schlimmsten Verbrecher. Niemand weiß genau, was sich am Ende des Brunnens befindet, oder ob er überhaupt ein Ende hat. Aber es wird gemeinhin angenommen, dass er den Übergang zur letzten Ruhestätte darstellt. Äh, 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 äh. Gut, da will ich nicht reingeworfen werden. Okay, wir können uns so die... Hä? Echt gruselig, ne? Äh, 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 äh. Ähm, ich würde die ja gerne zurückverwandeln. Warte mal, was kann ich hier tun? Achso, kann ich mir die... Äh, äh. Aber echt, äh, strange. Und ich habe ja so eine komische, verrückte Vermutung. Äh, wir gucken erst mal den Kopf an. Schau mal, ihr Kopf. Da könnte ein Rippen sein, wie vorher. Ekelhaft? Nichts. Ekelhaft. Dann gucken wir uns mal hier die Wunde an. Wer ist Dr. Swinehart überhaupt? Den würde ich ja gerne... Kann ich noch mal angucken? Okay. Was ist das? Ich mag Bafkin im Übrigen. Und er ist auf jeden Fall knuffig. Auch wenn er keine Augen hat, ist er knuffig. Aber wozu? Einstichstellen? Was ist das? Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Es ist nicht technisch illegal, Ach, verblüffend. Die Faust, da hat sie doch mit Sicherheit was drin, das sieht man doch schon. Wir gucken erst mal die Knöppe an. Ist es okay, wenn ich ihren Mantel öffne? Okay. Bist du noch in Ordnung? Der hat Drogen genommen, ich bin noch nicht fertig. Auf jeden Fall, stell dir doch mal vor, wenn du da deine eigene Leiche liegen siehst, oder zumindest eine Leiche, die so aussieht wie du. Das ist echt strange. Ähm, wir gucken als erstes mal in die Faust. Genau. Genau. Ja. Alter. Komm. Was machst du? Es erinnert mich einfach so sehr. Jesus, Bigby. Was ist es? Fliederblumen. Ja. Was ist das? Sie hatte das Perfum mit ihr. Sie sieht, dass jemand es für sie herausfällt. Also, jemand hat ihr instruktionen. Ein Haufen Gate? Hä? Hä? Was? Was? Äh... Ja, genau. Geht mal lieber auf Abstand. Oh nein, ein Spiel. Ein Minispiel! Äh... So, das ist richtig. Dann... Cool. Das ist cool. Das ist echt total cool. Dass die sowas einbauen. Auf jeden Fall ist es so... Äh... Müsste es ja eigentlich richtig sein, aber... Hä? Ähm... Hä? So... Dann haben wir hier so einen ollen Elch. Ein Deer. Und was bedeutet das? Oh. Ein Bild und Haare? Ein Bild und Haare? Ein Bild und Haare? Ja. Wer ist Rose? Lass mich sagen. Es ist meine Haare. Ja. Ja. Wer hat das gemacht, BigPy? Sie ist eine Troll? Sie müssen mich lieben. Äh... 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 Alright. You can calm down. It's not like you haven't seen a Troll before. Who is she? That wasn't there before. Who do you think she is? I don't know many Trolls that I've ever heard. Genau. Vielleicht weiß es Holly. You don't mean that, do you? Maybe Holly knows. The owner of the TripTrap? No, she looks a little... Oh no. What is it? It's not Holly. It's... Her sister Lily. She was reported missing, but I... I guess it just slipped through the cracks. We have to go tell Holly. Right. Who knows? She might know something about this. Who Lily was seeing? Well, certainly another troll. Do you want to talk to TJ first? Yeah, machen wir? Yeah, I do. Well... I'd love to join you, but there's some business I need... To help you. We'll fill you in later. Good. 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 Der Typ ist komisch. Er ist einfach nur komisch. Oh, Miss Snow, I have a question. Excuse me a minute. Excuse me a minute. Natürlich. Excuse ich dich eine minute. Und ich würde sagen, wir machen hier das nächste Mal weiter. Ähm, ja. Bis dann. Ciao. Tschüssera! Er... 빵... Brother! Ähm. Achilles...